Der nächste Morgen in Batzenhofen und Tag der Wahrheit. Wie haben die Testesser den gestrigen Abend bewertet? Die halbe Nacht habe ich die Karten ausgewertet. Und ich frage mich wirklich, wissen die überhaupt, was die tun? Malochen 24 Stunden machen sich kaputt. Was kommt dabei raus? Das hier. Heute ist auch Saschas Mutter Doris dabei. Sie setzt alle Hoffnungen in Frank Rosin, da sie und ihr Mann nicht mehr weiter wissen. Auch Küchenhilfe Alex ist gekommen. Alle sind gespannt, wie es mit dem Landgasthof weitergeht. Hallo. Moin. Das gibt es ja nicht. Herr Rosin, ja, welch klein Sie in unserer Hütte. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Das ist ja eine Überraschung. Mein Gott. Schön, dass Sie hier sind. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Ja, schon. Setzen Sie sich mit dazu. Ja. Warten Sie auf den Kommandanten. Ich bin ja richtig beeindruckt. Einwickeln kann sie aber wie eine Eins, wa? Ja, ich habe die Auswertung dabei. Aber wo wir uns jetzt gerade kennenlernen, weil du die Chefin bist, würde ich mich ganz gerne mal eben mit dir erst mal unter vier Augen unterhalten. Vielleicht können wir da mal rausgehen, ja? Sehr gerne. Gut, dann bitte. Gut. Der Sternekoch will wissen, wie Doris als Mutter, aber auch als erfahrene Gastronomin Saschas Lage einschätzt. Wie steht es um seine Fähigkeiten als Gastronom und Koch? Jetzt haben wir uns ja erst mal gesehen, da würde ich ganz gerne die Zeit nutzen, mit dir einmal kurz zu sprechen. Ich habe erfahren, dass hier sein Mann oder ihr beide schon bis zu 60.000 Euro hier reingesteckt habt. Wie fühlst du dich denn dabei, dass euer Sohn eure Altersversorgung verbrennt, die euch hart erarbeitet hat? Man kriegt ein bisschen Angst, weil man halt weiß, man kann sich jetzt im Endeffekt nicht mehr so leicht was ansparen, wie das eben früher war. Und dein Mann ist 64 Jahre alt? Ja. Der kann keine zwei Stunden mehr stehen, ohne dass sein Bein anschwillt? Ja. Ja, mir geht es fürchterlich, im Trago geht es nicht anders, ich bin ja auch nur noch ein Nervenbündel. Ich habe ja noch die Eltern und es hängt eben viel dran. Ich bin ja auch kaputt, uns geht es beide nicht gut. Warum bist du kaputt? Wir werden uns halt Sorgen machen. Die 45-Jährige leidet unter der belastenden Situation. Der Trago und ich wissen, dass der Junge uns liebt. Und der Trago und ich wissen, dass er wirklich kämpft und auch will, dass wir einen Teil von unserer Altersversorgung irgendwann auch mal wieder rausziehen können. Schlimme ist eben, dass nichts mehr von übrig ist. Also es kann nicht mehr so lange weitergehen, weil wir es halt nicht mehr lang tragen können. Es ist meiner Meinung nach zu viel Personal da, für das bisschen Geschäft. Und ohne Geschäft kann man kein Personal zahlen. Und dass der Vater und ich weiter aus Tasche... Nee, ohne Personal kein Geschäft. Kann dein Sohn es oder kann er es nicht? Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, reicht es nicht aus. Es tut mir sehr, sehr weh. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Und ich glaube, dass das Können nicht ganz ausreicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mir tut das leid, es ist für mich eine schwierige Situation. Wir haben auch mit dem Team diskutiert und ich habe auch deinem Sohn gesagt, dass ich das hier wirklich Schritt für Schritt nur beurteilen kann. Und da ist es sehr, sehr schön, dass du mit mir darüber jetzt wirklich so stark und so offen gesprochen hast und dass du mir auch wirklich die Wahrheit gesagt hast. Und die werde ich am Ende des Tages auch brauchen. Wie auch immer, wir uns gemeinsam entscheiden, wie es hier weitergeht. So, Hermut. Alles klar? Gebrüch, die Platze. So, wir haben gesprochen. Am besten reden wir jetzt erstmal über die Auswertung. Kommt mal zu mir. Ja. Von der Auswertung erhoff ich mir halt, dass es nicht zu schlecht ausfällt. Dass Frank wirklich sagt, okay, ist Potenzial da. Er kann mir helfen oder er will mir helfen versuchen. Wir packen das irgendwie. Ja, zunächst möchte ich euch erstmal ein Kompliment machen. Und zwar deshalb, dass überhaupt ein Testessen stattgefunden hat. Dass ihr das überhaupt zustande gebracht habt. Dass ihr das organisiert habt und so. Dass Leute organisiert wurden, Hilfe organisiert wurde. Ja, das war gut. Das war wirklich gut. Aber was daraus geworden ist. Oder was ihr daraus gemacht habt. Ihr habt von, und jetzt kommen wir mal eben zur Sache. Mit der möglichen 50 Punkten 19 Punkte erreicht. Katastrophale 19 Punkte. Das ist mangelhaft. Ich sag mal, bei so einer Gästebeurteilung, lohnt es sich da noch aufzulassen? Die Schuld liegt an mir. Ich meine, ich habe ja das Ganze in der Leitung, in dem Sinn. Ich meine, das liegt jetzt nicht an Mutter, Vater oder sonst irgendwas. Oder an die Gäste, dass sie einen schlechten Geschmack haben. Sondern die Gäste kommen ja nicht und sagen, okay, das ist scheiße. Sondern ich habe scheiße gekocht. Vorspeise und Hauptspeise ergatterten gerade mal vier Punkte. Nachspeise und Ambiente sogar nur drei. Der Service schneidet mit fünf Punkten noch am besten ab. Das unprofessionelle Arbeiten in der Küche rächt sich in der desaströsen Auswertung. Du hast eine Bratpfanne aufs Fleisch gelegt, damit es schnell gar wird. Die Dachlatte. Was erlaubt ihr euch einfach so damit umzugehen? Mit Lebensmitteln, mit der Arbeit. Am Ende des Tages mit euch selbst. Warum kommt ihr nicht in die Küche und respektiert das, was ihr tut? Und macht es mit Liebe und fragt euch mal, wie kann ich das machen? Dass das Essen nicht am schnellsten rausgeht, am günstigsten rausgeht, sondern am besten rausgeht. Am besten. Habt ihr das schon mal gemacht? Verstehst du mich, was ich sage? Ja, mit Sascha haben wir auch schon zweimal geredet wegen dieser Qualität oder Bargut. Ich habe gefragt, wie immer ihr fragt. Bei mir fehlt auch ein bisschen Deutsch, die Sprache. Ja, was soll ich sagen? Katastrophe. Bei uns fehlt. Viel. Mein Selbstwertgefühl in dem Moment jetzt gerade ist wirklich sehr weit unten. Es ist wirklich so, dass ich mir die Schuld dran gebe. Ich war für alles verantwortlich bis jetzt. Und alles, was man so versucht hat, ist bis jetzt in die Hose gegangen. Ambiente. Habt ihr drei Punkte für bekommen. Die Gäste haben gesagt, schönes Haus von außen, aber was es außen verspricht, hält es innen nicht. Das fehlende Konzept des Landgasthofes spiegelt sich auch in der Deko wieder. Bei dem Wirrwarr fühlt sich kein Gast wohl. Funktioniert nicht. Hast du die Stühle mal gesehen? Ja, die sind nix. Guck dir das mal her an. Ja, die verbiegen sich. Na, da brauchen wir Kraft. Hier. Hat er schon. Ja, hat er, hat er. Ja, sag noch mal, da brauchen wir Kraft. Und ich hab nix in den Armen. Dieser ganze Laden hier ist komplett das reinste Kuddelmuddel. Und es gibt hier keinen wirklichen sachlichen, gastronomischen roten Faden. Bayern, Balkan, Italien. Ein heiloser Mix, der aber auch nicht kommuniziert wird. Das fängt mit dem Namen auch an. Landgasthof Schmied zum Sparzel. Ja, wo bin ich denn jetzt? Wenn ich hier ein Geschäft habe, dann heißt das Geschäft so, wie ich heiße. Oder es hat eben einen neutralen Namen. Aber es kann nicht einen Familiennamen des Hausbesitzers haben, nur weil ich irgendwann mal vor Jahren das gemacht habe. Wir wollten nicht den alten Namen Landgasthof Schmied, so hieß das einfach seit Beginn an, nicht weggeben. Weil einfach das ein Begriff ist für die Leute hier in der Umgebung oder auch in Augsburg. Wollten aber trotzdem zusätzlich was geben, wo man sagt, okay, das ist was Neues. Darum dieser Name. Wie auch immer, es ist ein kulinarischer Gemischtwarenladen. Wie ist diese Speisenkarte eigentlich zustande gekommen? Die haben meine Eltern entworfen. Ja, es kam im Endeffekt so zustande. Also natürlich braucht man bayerische Küche, wenn überhaupt Gäste, wenn Leute kommen sollen. Jetzt bin ich natürlich dann ein bisschen rumgefahren, so ein bisschen in andere Lokalitäten zum Essen. Jetzt haben die natürlich überall ringsherum diese bodenständige deutsche Küche. Dann kamen wir auf die Idee, okay, probieren wir dann vielleicht, dass wir uns ein bisschen abheben, dass wir noch ein bisschen was vom Balkan mit reinnehmen. Das ganze System, merkt ihr doch selber, ist das reinste Durcheinander. Du sagst ihm, was er zu tun hat, du schreibst die Speisekarte, du gibst das Geld. Das ist ja... Ja, ich sag nicht, was er zu tun hat. Doch, du hast mir die Speisekarte geschrieben, du hast die Deko gemacht, du machst das alles. Ganz am Anfang, ja, ganz am Anfang. Aber seit der... Mein Respekt, das war vor fünf Monaten. Ja, seit der Eröffnung. Das ist gestern gewesen. Seit der Eröffnung halte ich mich da ganz raus. Lass ich die walten und schalten. Du hast gerade geschmunzelt, warum? Seit der Eröffnung, also wirklich seit ab dem Tag, wo wir aufgesperrt haben, ab da, haben sie mich lassen. Nur war da einfach das alles eigentlich dann schon zu spät. Fakt ist, Sascha, dass du schon einmal insolvent bist. Und dass du trotzdem vom eigenen Restaurant geträumt hast und deine Eltern dir das bis jetzt ermöglichen. Und alles in allem, was ihr hier produziert, ist einfach nur, dass ihr jeden Tag wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Geld verbrennt. Wir reden hier über übrigens 60.000 Euro. Sascha hört diese Schuldenzahl zum ersten Mal und weiß nicht, was er dazu sagen soll. Und wie kommst du auf 30 bis 40? Was anderes hat man mir nicht gesagt. Ja, vor dem Aufsparen. Er weiß ja nicht alles, er muss ja nicht alles wissen. Das war's beim Aufsparen. Und dann ging's jetzt die ganzen Monate weiter, wo wir noch Kosten haben tragen müssen. Na, da hat Sascha jetzt zu wenig Überblick. Für mich unbegreiflich, warum man mir dann nicht einfach sagen kann. Ich bin ein erwachsener Mann. Egal, ob man mich darstellt als kleines Kind, das vom Vater und Mutter Geld lebt. Ich weiß, was 60.000 Euro sind. Als nächstes brauche ich von dir, Drago, die, ich weiß nicht, was du hast, Buchhaltung. Ja, also betriebswirtschaftliche Auswertung, Kassenzettel, Kostenaufstellung. Alles, was da ist, damit ich mal die Zahlen sehen kann. Und dann müssen wir einfach Grundsätzliches klären. Ja, dazu brauche ich dich, Sascha und der Papa. Gut, würde ich sagen, los geht's.